Standlicht. Bist du sicher? Ja. Hab ich doch gerade weggodiert. Ey, das geht mir auf und sagt, das sieht voll eklig aus. Ich find das geil. Nein, aber du siehst jetzt den Feuer. Wow. Das sieht gut aus. Hallo, Eidosch. Das war so schön, dass ich hier eingeschaltet habe. Heute geht es wieder um meinen Golf 6. Bauen wir heute drei Featuren, was ich selber persönlich elementar wichtig finde. Ich weiß ja, ob Eidosch, du dich noch daran erinnerst, aber du hast das auch gefeiert. Wir haben hier überhaupt keine Ausstattung. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Was? Wir haben eine Berganfahrhilfe. Der hat das? Der hat das. Ich habe es heute gemerkt. Also finde ich gut. Das Erste, was ich sehr, sehr wichtig finde, Heckklappen. Öffnung. Ja. Also nur für die Heckklappe. Du machst das, du hättest gedrückt und dann kannst du das eigentlich hoch machen. Ich enttriege mich das. Ich verstehe den Sinn nicht. Du hättest gedrückt. Das haben aber viele Autos und ich finde das auch total bescheuert. Ganz ehrlich. Also ganz ehrlich. Du musst ja trotzdem hoch machen. Weißt du, genau. Ich mache es auf und dann kann ich auch so machen. Der Skoda hat das doch auch. Wo ich mir auch denke, jedes Mal, du musst ja trotzdem da das Ding in den Hoch legen. Und ich zeige dir jetzt, wie du mit knapp 30 Euro, ich glaube 35 Euro, bauen wir das Ganze auf eine Heckklappe. Was wir brauchen, sage ich dir jetzt, sind zwei neue Gas-Dämpfer für die Heckklappe. Das sind 600 Newton und was wir noch brauchen, ist so solche Zapfen. Zapfen? Genau. Solche Zapfen, was dann hier reinkommt. Das habe ich unten alles einzeln verlinkt. Also wenn einer das nachmachen möchte. Für einen Golf 6, egal ob 5 Türer, 2 Türer. Bauen wir das Ganze kurz um. So. Abstützen ist klar, weil wir die Dämpfer abmachen. Gar nicht den Dämpfer zu wechseln, Leute. Ich glaube nicht, dass ich da ein Tutorial machen muss. Hier haben wir Klammern. Die Klammern macht ihr ab. Und dann, wenn ihr das hier unten habt, dann könnt ihr das einfach so zur Seite ziehen. Da braucht ihr die Klammern da nicht abmachen. So, einfach zur Seite. Dann könnt ihr das. Ja, das hält schon. Den einen haben wir schon abgemacht. Das geht ja ratzefatz. Ja, ja, geht so auch. Ein bisschen hoch. Und dann den zur Seite. Wir bauen das hier aus. Und bauen die neuen ein. Das ist ein, woher sie nicht, das ist ein 16er oder 17er. Guck mal. Ein 17er. Ja, ein 17er. So. Den ein. Bauen wir aus. Und ersetzen den durch einen kürzeren. Aha. Und den könnt ihr dann einfach hier drauf machen. So, jetzt haben wir einen 13er. Das sehe ich doch. So. Fest. Jetzt machen wir die andere Seite. 17er erstmal ab. Ich liebe sowas. Weißt du das? Ne, also wenn du eine elektrische Heckklappe hast, dann verstehe ich das ja. Du drückst drauf, dann geht's auf. Ja. Aber bei wem? Ich geb den richtig. Du drückst auf und dann musst du trotzdem drücken und dann hochziehen. Zieh, ja. Verstehe. Also total Blödsinn, oder? Jetzt müssen wir diese Halterung für den unteren Bereich einmal rausholen. Ah, 27er, kann auch ein 30er gewesen sein, aber klappt auch mit einem 27er. So. Dann holt ihr das hier raus. Den haben wir jetzt so rausgeholt, ne? Jetzt drehen wir das Ganze nur um. Aha. Und dann bauen wir das wieder ein. Okay. Ja. Festmachen. Mal gedreht. Ne, jetzt wollen wir drüben das gleiche Spiel. Drehen das jetzt auch einmal um. So, was wir eigentlich nur verändern, ist eigentlich nur unser Hebelweg. Die Stoßdämpfer gehen nicht ganz runter. Die haben eine Spannung. Das ist eigentlich nur das Geheimnis. Denn mehr machen wir nicht. Ah, das heißt, wir haben nichts Elektrisches oder sowas. Das heißt, du hast jetzt gedacht, dass ich elektrisch einbohle. Ja, keine Ahnung. Ich hab wirklich an sowas gedacht. Das heißt, du nutzt die. Wenn du willst, können wir nochmal Geräusche machen, Eilish? Du nutzt die. Ja, das können wir ja machen. Nein, ich hab das echt gedacht. Jetzt hast du mit einer Fernbedürung gekostet oder sowas. Also, wenn ich mit Eilish Videos mache, also mir ist nie langweilig. Immer gute Laune. Keine Ahnung, ich muss erst mal verstehen, was du meinst. Hier, das ist das Alte, das Originale. Hier steht auch die Newtonzeile irgendwo. 550 Newton. Das ist das Neue. Und hier steht 600 Newton. Genau gleich aus. Genau gleich aus. Hier braucht ihr nichts machen. Also hier einmal rein. Das Ganze könnt ihr natürlich ein bisschen hier drehen. Und zack. Einziger Nachteil von der ganzen Geschichte ist, der geht nicht mehr so weit nach oben. Aha. Aber braucht man das. Und dann bauen wir das hier ein. Ich hab losgelassen, ne? Wenn jetzt irgendwas auf den Kopf kommt, bin ich nicht schuld. Drinnen. Und jetzt gucken wir mal, ob er jetzt erstmal hält. Der hält, das ist schon mal gut. Oh mein Gott. So. Eilish. Jetzt. Jetzt machen wir den runter. Aber der geht sanft nach oben, ne? Muss ich sagen. Ich dachte jetzt, ne, wird... Ne, der knallt auch nicht. Das ist das Gute. So. Man merkt, hier hast du ein bisschen Widerstand. Jetzt haben wir den zu. Schnüssel. Ich mach jetzt auch für die extra Geräusche. Ich find das geil. Das ist auch geil. Total schön. Das braucht man da. Natürlich. Ich muss mal ganz kurz jetzt testen, wie schwer das anders jetzt ist. Ach, das geht. Das geht. Wollen wir jetzt so machen? Ja, geht auch. Natürlich muss man aufpassen, ne, wenn ihr jetzt nicht Baseball spielen wollt, wenn ihr Kinder habt, dass die Kinder kommen, ne, dann könnt ihr aufmachen. Weg da erstmal. Und dann fliegen wir. Da müsst ihr aufpassen. Du machst das hier schon mal auf. Dann gehst du, zack, machst du rein. 35 Euro, must have. Braucht man so? Ich brauche noch nichts. Du musst jetzt immer die Geräusche für mich machen, weißt du das? Ich werde deinen Zimmer einbauen. Und man hat noch Platz. Man steht ja dann noch da. Ja, das ist das Einzige. So, man hat also, man kann noch da drunter laufen, ohne sich jetzt die Birne anzuschlagen. Aber ich nicht. Das sind die Vorteile. Weil das ist, glaube ich, 1,80, ne? Ich bin größer als 1,80, so nebenbei. Feature Nummer 2. Also wir haben jetzt noch was. LED leuchten. Aha. Hier sind Osram Nightbreaker drin. Oh. Du hast es schon gemacht? Ja. Du konntest nicht aushalten? Du konntest nicht aushalten. Warte mal, waren die anderen schwach? Hast du irgendwie so Vorher-Nachher-Effekt? Haben wir nicht jetzt, ne? Nein, aber du siehst jetzt den Vorher-Effekt. Wow. Das sieht gut aus. Ey, warte mal, warum sind die inneren da gelb? Das sind Standleuchten. Können wir die nicht auch ändern? Ja, die kannst du auch ändern. Ich habe den ja nachts gefangen, also ich muss sagen, ich habe nichts gesehen. Und jetzt... Also LED-Leuchten, Nightbreaker. Was habt ihr vorher gehabt? Auch LED? Ja, H7. Nein, ganz normal. H7-B, ganz normal. H7 Nightbreaker, kann ich auch unten verlegen. Kostet ca. 100 Euro. Also wenn ihr jetzt Xenon habt, dann braucht ihr es nicht. Aber wenn ihr kein Xenon habt und ihr könnt es bei euch einbauen, macht es. Das war Feature Nummer 2, genau. So, wenn du im Pornier schaust und das Auto öffnest. Mhm. Es passiert nichts. Ich glaube, ich weiß, was du willst. Was denn? Coming home, living home. Es geht eigentlich ganz einfach... Also braucht man dazu gar nichts. Nur so ein Dings hier. Du sitzt Kali in dem Fall. Was hast du dann gedacht? Dass wir jetzt irgendwie ein Modul einbauen? Was? Ich dachte, dass wir jetzt noch ein Modul einbauen? Das war einfach die Zeit. Was ist denn das? Heute lauter so voll die geilen Features, wenn man wenig machen muss? Das ist ja die ersten Sachen, was ich direkt hier einbaue. Es kommen ja noch ein paar andere Sachen, was wir einbauen werden. Feature Nummer 20. Ich bin mir auch nicht sicher. Also wir gucken mal, ob wir das machen können. So. Codieren. Du ein riesen Parkhaus bist. Du parkst den irgendwo hin. Du weißt nicht mehr, wo der steht. Und dann so ein Auto. Hast du ja, ich sag mal, in so einem Parkhaus 20 mal stehen. Bestimmt. Ja. Ah, willkommenlicht heißt das. Ah. Gibt es auch noch. Welcome. Willkommen. Machen wir an. Und jetzt codiert er das Ganze. Und dann mal schauen, ob wir das alles richtig gemacht haben oder nicht. So. Codieren wir erfolgreich. Zündung. Aus. Machen wir. So. Das tun wir mal zur Seite. Bitte. Da müsste es funktionieren. Geht nicht? Nein. Muss es dunkel sein vielleicht? Glaube ich nicht, oder? Er hat ja kein Lichtsensor. Hä? Abliegewicht aus. Entsperrung. Verrügung. Zentral. Tagfahrlicht. 100%. Kann ich das nicht ausmachen? Tagfahrlicht aus. Guck mal, ob das jetzt ausgeht. Das ist ihr Tagfahrlicht. Heimleuchten. Heimleuchten. Nebenschein. Das fangen wir hier auch an. Egal. Heimleuchten. Zündung aus. Heimleuchten. Einschalten. Aha. Okay, jetzt habe ich alles gemacht, was geht. Mhm. Okay, jetzt kodieren wir das Ganze nochmal. Trotzdem kodieren. Oh mein Gott. Ja, ich habe es verstanden. Ah, jetzt geht gleich gar kein Licht mehr. Geht alles aus. Alles aus. Äh? Tagfahrlicht ausgemacht. Das sind Fernlicht da. Aber darf man das? Dann hast du vielleicht kein Fernlicht, den du fährst. Natürlich nicht. Ich habe ich fährlich. Es ist ja ganz leicht nur, damit das als Standlicht da ist. Bist du sicher? Ja. Habe ich doch gerade weggodiert. Ey, das geht mir auf und sagt, das sieht ja voll eklig aus. Feature Nummer 3 hat leider nicht funktioniert. Ja, also ich habe es jetzt gerade gesehen, es wird nicht klappen, weil wir keine Lichtautomatik haben. Hm. Hm. Also geht das generell mit diesem Home, Coming Home, Leaving Home, nur wenn man so ein Auto spielt? Ich hätte es gerne gehabt. Ganz ehrlich. Haben wir nicht. Egal, du hast jetzt deine LED-Lichter. Hä? Du hast deine LED-Lichter. Ja, deswegen. Also Feature Nummer 3 funktioniert doch ein bisschen. Ja, okay. Das können wir leider nicht machen. Aber wenn ihr Lichtautomatik haben solltet jetzt bei euch, könnt ihr das Ganze natürlich machen. Ja? Wenn du fährlich anmachst, merkst du das gar nicht. Hey, da läuft jetzt wieder ein bisschen was. Ja, normal. Das ist ja Standlicht. Ach so, das war Standlicht jetzt. Okay, stimmt. Ich finde es geil. Das heißt, wenn das einer haben möchte, werde ich auf jeden Fall diese Sachen, die drei Sachen da auf jeden Fall unten verlinken. Kostet nicht viel. Ihr braucht auch nicht so einen Satz kaufen für 70, 80 Euro. Also die Dinger kosten echt 35 Euro. Kann ich euch nur empfehlen. Das Ding ist geil. Auf jeden Fall. Ich finde es voll toll. Wirklich. Gut. Das war jetzt so ein kleines Video, weil wir werden jetzt das einbauen. Weil das wird lange dauern. Und dann mal schauen, wie das läuft. So, Adolf, Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Wieso ist mir nichts bei eurer Kopf? Bis dann noch rein. Ciao. Ich denke, ich war Feierabend hier. Ja, ne? Ist doch schon gut. Und dann Exact kam. Dann Ja? Ich emp CSS inните alle fünf. Bis zum nächsten Mal.